Hallo bei Wuselgusel. Wie unsere Nase funktioniert und warum viele Tiere viel besser riechen können als wir, das erfahrt ihr jetzt. Man kann übrigens Geruch auch als Waffe einsetzen. Das stimmt. Gut, dass du damit anfängst. Ich wollte ja nichts sagen, Beni, aber du riechst heute irgendwie komisch. Was? Das kann doch gar nicht sein. Boah, doch, du riechst ein bisschen wie eine Blumenwiese. Das riecht doch gut. Die sich neben einer großen Müllhalde befindet. Was? Und hinter einer noch größeren Kläranlage. Also Wusel. Und überall auf der Wiese liegen faule Eier herum. So riechst du. Komisch. Ich habe heute extra mein neues Parfum ausprobiert, passend zum Thema. Ich und ich dachte immer, Radiergummis enthalten Vitamine. Manchmal liegt man eben falsch. Boah, es wird immer schlimmer. Ich glaube, ich muss mein Fenster aufmachen. Jetzt übertreibst du aber ein bisschen. Parfum ist übrigens keine neue Erfindung. Schon vor mehreren tausend Jahren haben die Menschen im alten Ägypten und in Indien Parfum verwendet. Hergestellt wurde es auch damals schon aus Gewürzen, Kräutern, Rinde, Ölen und ähnlichen Stoffen. Ah, so, frische Luft. Allerdings hat das offene Fenster auch einen Nachteil. Man kann dein Parfum jetzt auch draußen riechen. Aber Wusel, wird sich schon keiner beschweren. Im Gegenteil. Dein Parfum ist sehr beliebt. Zumindest bei den Fliegen. Wir gehen schnubbernd über eine Blumenwiese, wir riechen leckeres Essen oder halten uns die Nase zu, wenn es aus der Toilette stinkt. Auch wenn der Geruchssinn nicht unser stärkster Sinn ist. Gerüche stellen mit uns etwas komisches an. Sie wirken im Gehirn direkt auf den Hirnteil, der für Gefühle zuständig ist. Auch Erinnerungen sind im Gehirn eng mit Gefühlen verknüpft. Ein bestimmter Geruch kann deshalb starke Erinnerungen auslösen. Auf einmal denkt ihr an die Blumenwiese aus den letzten Ferien, an Oma und ihre tollen Spaghetti oder an die Camping-Toilette. Ein gesunder Mensch unterscheidet bis zu 10.000 verschiedene Duftnoten. Sogar bei neugeborenen Babys funktioniert der Geruchssinn schon richtig gut. Das hilft ihm, die Brust der Mutter zu finden. Aber wie funktioniert das Riechen überhaupt? Jedes Lebewesen und viele Dinge geben Stoffe an die Luft ab, die wir nicht sehen können. So klein sind die. Moleküle. Beim Einatmen gelangen diese Stoffe in die Nase. Dort treffen sie auf die Riechschleimhaut. Die gibt Duftinformationen über Nerven ans Gehirn weiter, wo sie verarbeitet werden. Wir erkennen, ah Blumen, Spaghetti oder eben hier stinkts. Dabei sind unterschiedliche Nerven im Einsatz. Einige sind für das eigentliche Riechen verantwortlich, andere reagieren auf beißende Gerüche wie von Zwiebeln, aber auch auf den Geruch von Rauch. Unser Geruchssinn kann uns also bei einem Brand das Leben retten, weil wir Rauch viel früher riechen, als wir die Flammen sehen.